Guck mal, die gehen doch vor, Karl! Stel dich doch nicht so an! Das ist mein Mann! Ja! 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 Ja, ich hab ja alles gemacht! Wir haben halt mehr erfahren, als mit du! Guck mal, hier! Ja, Karl, Karl, du kannst mit uns kommen! Ja, zu anderen Männern ist man immer netter als zum Eiherz! Ja, ich stell dich mal hier zu! Ich war ja gestern auch auf dem Schützenfest, sag ihm der Schützenkönig, das fand ich so charmant! Jetzt red nicht über andere Männer! Du bist immer noch zehn Jahre mit mir verheiratet! Einfach zehn Jahre, was heißt das? Ja! 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 Und die Frau kriegt immer mehr Haut! Ja! 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 Claudia, jetzt lässt du die Leute vorgehen! Ich hab' alle geblieben, so viele Leute aus dem Schützenfest aus dem Schützenfest mit dem Schützenfest. Ja! Ich hab' alle geblieben, hier einfach schon da geschrieben. Ja! Ich hab' alle geblieben! Wir gehen' alle geblieben! Also! Sie können sich immer eine Garage mitnehmen! Ja! Sie können sich die Leiste schenken! Ja! Ich kann Ihnen gern ein paar Tipps geben. Ich schenke Ihnen mein Vater. Ich lasse Ihnen gerade schwören, dass er nachher schnauzt. Claudia! Ich lasse dir ein bisschen Geld auf den Konto, oder? Claudia, du hast einen Autoschlüssel nicht. Ja, schau mal, zum Fuß willst du gehen. Denk an deine Ferse. Du weißt, dass du nicht weit kommst mit deiner Ferse, ne? Nein! Nein! Wer geht weg? Nein! Na ja, da wirst du gehen. Qu HC Vielen Dank.